RIDER ON THE BOAR Willkommen zurück liebe Leute zu einem Brötchen. Willkommen zurück zu Minecraft. Oh yeah. Ah schön. Willkommen zurück hier Leute. Wir haben letztes Mal dabei den Turm oben zu verhocken. Griegeln, genau. Gute Deutsch. Ich komme weg zu Turm. Erstmal zu müssen die Brötchen rein. Puh, 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 puh. Und dann bestimmen wir den Turm hoch. Oh, da auf geht's. Aber, muss auch eine andere Musik machen. Oh folks! Schön. du wirst deine oben zu machen machen wir es auch schrecklich wie ich mich anstelle was ich mit dem Turm mache wenn der da oben zu ist ob ich um den noch rum was baue außen aber davor sollte ich auch noch ein paar Ebenen hier so ein zwei drei Ebenen reinziehen da ist wieder viel Kabelbedarf aber vielleicht lade ich mir dann Leute ein mit denen ich dann dementsprechend wie die Kabel farme meine Nutztiere so gesehen meine bösen Nutztiere die ich dann ausnutze ja ich werde sie dann alle ausnutzen nein natürlich nicht aber vielleicht werden die Leute die Person die ich dann immer einlade dass sie mir mithelfen ansonsten baue ich ja mit der Person was als ich die Person nicht gerne bauen würde dann bauen wir halt zusammen mit der Person und voll cool und dann haben wir jemanden der co-moderiert mit mir und fuckt und tut und macht fändet ihr bestimmt ja auch cool muss nur schauen wie ich das dann irgendwann hinkriege wie das funktionieren soll weil ich bin ja blöd bin ja dumm ich muss das mich informieren tun weil ich doch keine Ahnung habe von Minecraft ich habe das Spiel ja noch nie gespielt ich habe einfach keine Zeit mit dem Spiel verbracht in meinem Leben also keine einzige Stunde Minute Sekunde gar nichts ich habe einfach nicht mit Minecraft gemacht in meinem Leben ich spiele es jetzt einfach heute zum ersten Mal ich spiele es jetzt schon heute so ein bisschen länger als ich glaube ich sollte auch damit aufhören ob ich überhaupt irgendwie Spaß dran aber ich glaube es sollte auch das letzte mal sein ok 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 sehr gut es wird langsam wir haben einfach für zwei solche Reihe haben wir einfach fast zwei Stacks gebraucht holy shit so die nächste Reihe wird auch wieder 400 Stacks brauchen so 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 1,2,3,4 und 5 fertig und in der leg 7,8,9,10,1,5,1,5,1 und jetzt können wir einfach ganz entspannt hier entlang hin und entspannt einfach zu machen so so zu bauen bla bla hier da bla bla es bei YOL ich weiß es sieht halt nicht cool aus wie die Fackeln genau aber ich werde einfach die kompletten Turm mit jede Reihe mit 1000 Fackeln ausfackeln ich möchte auf diesem Turm kein einziges Monster spawnen sehen aber ich glaube nicht dass ich es dann ganz zu kriege mit dem Partys habe heißt ich darf nochmal mehr Farmen gehen das ist so früh am Morgen ich nehme sogar zeitlich heute kommt das Video online und heute nehme ich es auf also es ist so gesehen äh schon sehr cool also heute ist sogar ausnahmsweise mal tagesgleich nicht einen Tag vorher aufgenommen am Abend weil ich heute die Möglichkeit habe dies zu tun und ich möchte natürlich wenn ich die Möglichkeit habe dies zu tun und es auch auf diese Art und Weise machen und umsetzen und deswegen mache ich das auch gerade ha 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 hätte niemand gedacht oder ich mache nie wieder diese fresse die wollte aber irgendwann macht die dann verbaue ich mich jetzt muss ich mal die ganz ganz merkwürdige frage stellen aber das ist so ich werde einfach mein halbzeit auch gegeneinander aufhetzen und meine ganzen kommentare gegeneinander was möchte nicht zeit lieb zueinander seid ihr so mehr star wars oder mehr harry potter würde mich mal interessieren es ist nur zweier reihe extra gemacht damit ich hier vorsichtig hinlang gehen kann und nicht nur auf einem einzelnen steg spazieren muss hier so boi baby boi ich möchte nicht unterfallen 24 level die werden alle für die quats mich würde das interessieren weil ich bin ja eher so ich verrate nicht was ich bin aber ich bin auch eher auf einer seite ich bin wirklich stark auf einer seite viele wissen ja wie ich zu einem der genre stehe und wie ich zu dem anderen stehe und alter sieht das geil aus bis auf das ist alles abgeschnitten das sieht das doch so geil aus und ähm ja ähm ja ähm ich würde gerne wissen wie es bei euch so ist weil ja 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 also ja oder ob ihr oder ich sollte nicht mehr über dieses Thema reden, davor brauche ich mich nur. Ich sollte langsam hin und machen, es wird langsam dunkel. Es wird langsam dunkel. Wow. Ist schon irgendwie cool, wie das jetzt schon langsam geschlossen wird hier. Dann habe ich irgendwo ein Loch und dann fahre ich jetzt rein so. Ich habe jetzt noch einen angebrochenen Zweck und sowas, aber ich möchte jetzt erst mal schlafen gehen. Bei Nacht will ich hier oben nicht bauen. Au. Sieht schon krass aus. Vor allem, wenn es jetzt dunkel wird, sieht es noch krass aus. Boah. Aber ich glaube nicht. Nein, niemals. Ich brauche dafür zwei Stacks. Zwei komplette Stacks. Leider. Und dafür noch einen, würde ich sagen. Aber es wird halt mega dunkel gerade. Auch hier drin. Krass. Was waren hier, meinst du? Holy shit, habe ich mich gerade ertrocken. Ja, Mutter Maria. Ist er da draußen? Kommst du denn her? Wie kannst du denn hier... Warum, please? Mach mal hell. Hi. Wow, das hat die gerade alle... Ich höre die doch. Hier ist aber schon noch ein Zami, oder? Sind die mal in meiner Burg gespawnt? Moment. In meinem Turm. Oh, hi. Sind die hier in der Nähe gespawnt? Hallo? Oh, hi. Hat er mich gesehen? Nein, haben sie nicht. Oh, ich hätte gerade voll Schiss gehabt. Voll mich erschrocken, weil ich plötzlich immer... Im Ohr habe und... Oh, die shit. Oh, Gott. Schack, man ist lieb. Schlimmste wäre, wenn halt hier Monster spawnen würden. Da oben muss ich irgendwie noch... Okay, das sieht ein bisschen blöd aus. Aber es funktioniert scheinbar so, also... Du, 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 du... Jetzt brennen sie alle. Brennt! Ihr Schweine. Wobei, ihr seid ja eigentlich nur... Da hinten ist ein Enderboy. Boah, da unten ist... Was? Da oben ist ein Enderboy. Das ist... Hier ist ein Enderboy. Da oben ist ein Enderboy. Oh, das hat hier... Habe ich ihn nicht gerade gehört? Ich habe ihn doch gerade gehört. Ach man, ich bleib fahren und nicht. Leider, ich bleib fahren und nicht. Sind die Hühner nicht auch gerade weniger geworden? Also insgesamt. Ich habe keine Ahnung. Mal kurz gucken, ob ich hinten überhaupt irgendwo noch Stein habe. Mit fröhlicher Musik! Ja! Ich muss echt schauen, weil wir brauchen Stein. Gravel, Gravel, Stone. Ein normaler Stein. Könnte die Hühner noch mal abbauen. Irgendwie uncool. Habe ich hier denn noch irgendwo das Kopf ist einfach reingepfeffert, weil ich dumm bin. Nope. Nur die Slabs. Ich hätte auch mit Slabs oben das machen können. Abschließen können. Das hätte mich weniger Stein gekostet. Shit. Und dann nochmal alles abreißen. Nein, auf keinen Fall. Aber ich würde sagen, da ich jetzt einfach nicht mehr anfangen kann und will für die letzte Minute. Dankeschön fürs Zuschauen. Und wir werden jetzt schon mal heute ein bisschen früher gesammelt. Oder auch nicht. Das ist gelogen. Dankeschön fürs Zuschauen, liebe Leute. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn das heißt. Mein Gott, Freunde. Bis dann. Tschüss. Tschüss.